Willkommen zurück zu Alien Isolation, Part Nummer 12. Auf geht's. Wartung und Leichenhalle. Finden Sie ein Medikit. Dann wollen wir mal eins suchen. Hier liegen schon die ersten Toten. Das ist sehr schön. Und wir haben eine neue Waffe. So. Weiter geht's. Die ganzen Scheißchen mal mitnehmen. Ja. Wie super. Leichenhalle. Gucken wir mal hier. Das ist auch nichts. Kühlsystem aktivieren. Warnung. Wasserstoff Zylindereinheit U6. Nicht gefunden. Äh? Können wir auch nichts machen. Okay. Kühlmittel aktivieren. Okay. Hm. Gesperrt. Okay. Das ist komisch. Da füllt ein Dings. Okay. Da können wir auch noch nichts füllen. Okay. Okay. Die sind ja drin. Hier steht kein. Okay. Okay. Ähm. Müssen wir mal weiter schauen. Ähm. 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 ob das hier so gut ist in das kühlhaus hier ich denke nicht wir werden einfach mal weiter gehen das sieht gut aus sieht gut aus wenn wir mal das ding hier reinschmeißen kühlmittel einführen und aktivieren nicht gut an kühlmittel aktivieren und optimale bediebstempo wieder herstellen ja das möchte ich macht dann nicht warum doch eigentlich alles drinnen wenn wir mal hier noch eine entdeckung das sieht nicht gut aus ist er jetzt weg dann können wir mal hier strom wieder herstellen ach stimmt das geht ja nicht wir schon mal hier und wird übersehen ich denke nicht ne hier ist nix was wir gebrauchen können hm also müssen wir hier doch was machen na was war das hier ach so war nur das ok ist eigentlich alles da hm hm das verstehe ich nicht hm 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 hier kann ich doch nichts mehr machen hm 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 Das verstehe ich jetzt hier nicht. Er ist auch ganz in der Nähe hier. Mal verstecken hier. Ihr fragt mich, wo liegt denn hier ein Midi-Kit? Das ist ja ein Midi-Kit. Das ist ja ein Midi-Kit. Das ist bloß ein Speicherpunkt, na, ist ja witzig ey. Wo sollen wir denn hier nach suchen? Hm, das können wir ja hier irgendwas machen. Kein Kommentar. Wer sucht, der findet. Das sieht doch kein Mensch da ey. Eieieiei, das war ein Gesuche ey. Gibt's doch gar nicht ey. Da sucht man und sucht man. Hier runter ey. Das ist jetzt ne gute Idee. Das ist ne gute Idee, mal hier runter zu springen. Dauer. Wo sollen wir denn hier suchen ey. Ne. Ja, ich bin nicht rocher. Warte mal, nochmal zurück. So. Guck gerade aus. Und dann rechts. Nichts. Hier war doch nischt. Γenn wir einfach mal hier lang. hier wird verzeihen gucken wir mal hier schnell rein hier lingard medizinische offiziere in sevastopol station ich möchte ich möchte zu protokoll geben dass ich bezüglich des index patienten der ane sidora unter zwang gestellt wurde er hat gewisse drohungen gegen meine karriere und meine zulassung gemacht das will ich dokumentiert haben aber gott steh mir bei diese frau brauchte hilfe ich wusste nicht was für ein parasit das war aber er hat etwas in ihrem inneren abgelegt es tut mir leid mir waren die folgen nicht bewusst wie denn auch ach du scheiße ist ja sehr interessant durchsuchen sie operation sein nach dem midi kit machen war aber vorher suchen wir uns hier speicherpunkt wo alter habe ich mich gerade erschrocken so so Untertitelung des ZDF für funk, 2017